Hallo Leute und Willkommen zu einer anderen Runde survival games auf dem Badline server und Ich spiele jetzt das erste mal auf dem server mit dem account Und ja es ist was neues auf dem server Es ist so wie Pfeifen darf gleich angreifen glaube ich Okay einen haben wir gleich Und die Runde sind ein bisschen intenser glaube ich Wie an uns auf komme Ich habe da auch eine bessere range Kommt mir vor allem nicht mal Also eine gute range habe ich Ja nice Kommt der auch noch Ja gut Und ich wollte ansprechen dass ich jetzt einen banner habe Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt Für ein paar Tage Und der ist vom Cream DCN keine Ahnung wie man das auch spricht Ich verlinke ihn einfach dann nochmal Danke dafür Und Natürlich für die Formpneels von lieben Laiengibbs habe ich mich auch noch nicht bedankt Zumindest in dem Video Das wollte ich auch nochmal machen Das wollte ich auch nochmal machen Und soll ich mit denen auch weil der Eisenbrust mich hat Nice habe ich Okay ich hole mir lieber Hab ich auch noch Nice Und jetzt haben wir eigentlich ziemlich guten Stuff Nice Fast für Iron Jetzt müssen wir lieber mal hoch Sonst fragt mir noch Ähm Ich hoffe man Es passt alles so von der Audio und von Von der Qualität her Das ist jetzt mein erster Aufnahmeversuch Weil eigentlich Ist es auf dem Server nicht so schwer Es ist auf dem Server nicht so schwer Zu gewinnen Nice Aber man hat eine ziemlich gute Range Und da bekommt man halt Jeden guten Hitter eigentlich Okay es hat kurz gelangt Und den haben wir auch gleich Oder auch nicht Alles klar Der hat mich einfach fast Ich habe kein Essen Nicht so gut Gibt es irgendwo hier Melonen? Ich kenne mich auf dem Web nicht so gut aus Das ist glaube ich Gommepark auf Gommepark Kann das sein? Wenn nicht dann korrigiert mich einfach Aber ich essen Nice Okay Okay So Wir brauchen eigentlich jetzt nur mehr Einen Bogen vielleicht Und ein bisschen Essen noch Das wäre noch Nice Weil Essen ist eigentlich Ziemlich wichtig Zumindest jetzt wenn ich ranken muss Ist nicht so toll gerade Komm ein bisschen essen Please Darf man das auf dem Server? Ich weiß es nicht Ich kenne mich auf dem Server nicht so gut aus NSG aber Ich spiele eher UHC auf dem Server Ich habe auch Donator Wunder das nicht wie ich heiße Ähm Ich habe mich einfach mal aufs Spaß mal so genannt Keine Ahnung Und jetzt Aber ich bin nämlich eh um In nächster Zeit Also in 8, 9 Tagen glaube ich Wenn ihr das Video seht wahrscheinlich Ähm Habe ich das Boot noch? Nein Das war der von vorher? Ja da war das von vorher ne Ja gut Ähm 8 Player left Ja gut der gibt von da ein Log Note Ist halt nicht so toll Und ich habe fast kein Essen vor wieder mehr Ich gehe lieber mal aufs Land So damit ich den dann schon comboen kann Ja toll das ist richtig scheiße Ich kann Essen auch Egal ich kann mal spawnen und holen wir von da noch Essen Dürfte ich schon noch was dazu Oh das sind halt Gegner dann da Ist doch auch egal Kommt irgendwer Nein Natürlich ist wieder kein Essen da ne Komm schon Essen bitte 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 Danke Essen Ähm Ach komm was machen die für nen lächerlichen Wasserfight Ist doch so lächerlich man Irgendwie leckt es immer leichter Ich weiß nicht woran das denn liegt Eigentlich dürfen wir in Internet stabil laufen Wie wollen wir verliebten Server so schnell essen? Was ist denn das? Ja okay ich spinnte aber auch so blöd Ähm ist da oben auch noch die irgendeine Küsten Ähm ist da oben auch noch die irgendeine Küsten? Mh Jungs voll willkommen ich habe kein Essen Ich glaub ich brauche jetzt äh Ich glaub ich brauche jetzt äh Blätter Weil ich so ein Sammler bin Was ist denn denn hier irgendwo Gegner da vorne? Vielleicht kann ich nämlich nicht mehr sprinten Was sind denn hier irgendwo Gegner da vorne? Wie ist denn das Essen? Ach komm Ich verhungere alles klar Ich verhungere jetzt echt gleich Komm lass Essen Natürlich nicht Natürlich nicht Hätte aber noch eine Kiste hab ich denn nicht gesehen What the fuck? Das ist ein Eisen Kann ich mir ein Eisenstoff machen Ja toll aber ich So weit werde ich nicht mal noch kommen Wenn das so weiter geht Dann war ich nicht Ja das ist nicht durch Ich kann nicht mehr sprinten So No sprint abstauben Er läuft einfach weg obwohl ich nicht sprinten kann In was hätte ich vielleicht ne Chance Weil ich hab ihn mit no sprint Mein Herz Das war jetzt natürlich ziemlich nice gemacht von mir Ich hab einen Bogen Nice Alles was ich brauche Ah Eisenfert wär noch nice Aber wir leben ja nun mal zu dritt Dann war's eigentlich schon mit der Wunde Eski Die Runde dürfte ich jetzt glaub ich gewinnen Wenn ich voll regen könnte Ja In 10 Sekunden schon deathmatch what? Okay dann könnte ich nicht full regen Machen wir mal Ein FNS noch Ich höre mal ein Rake Einfach so Ist das ein Team? Nein Hellerfick Okay Das war nicht so geil Könnte man sich jetzt eigentlich noch Das craften Nice Okay Okay ich bin tot Egal Leute Ich würd sagen Das war's mit der Runden Eski Und dann Chi Chi Das war's mit der Runden Das war's mit der Runden Das war's mit der Runden